ein wunderschönen guten tag ladies and gentlemen und herzlichen kommen zurück bei league of legends ich habe glaube ich die falsche mastery mit oder na mal gucken meine ernährung ist überaus einzigartig ich hätte glaube ich ja ich hätte glaube ich dafür hier hier ja ich bin mal wieder eine gute frage und das was bringt die einzig wahre sünde sich in der mitte einer weg nicht nach zu kommen da bin ich gespannt das essen ist bereitet so hoffentlich sind meine last skills ein bisschen besser als so viel zum thema Mh, yumm! Die letzte... ...verspürt seinen eigenen... Ach, fuck! Das gibt's an... Minions halt auf zu... ...blocken. Und vor allen Dingen auf mich anzugreifen. Niederhand von Loverfuren! Geh, um ein Kastlick! Ach, ne! Ach, ne! Sind wir nicht alle Vielfraße? Jo, läuft, ne. K6 Mitte. das heißt er könnte jetzt wir packen erst mal ein wort rein mal nicht zu viel von der wave gehrt schon mal keinen flash mehr job am ende geht jeder den wach okay wir gehen unten rum weil sonst zu viele minions ich krieg den farm das ist schon mal gut das ist schon mal gut kein mana kein mana alles gut mein festwahl ist aus leid gebogen alter die last hits okay okay ok so wir haben unser erstes eben ein sind stets 34 28 wirst du mir Er ist jetzt Level 6, was nicht so gut ist, aber ja, vielleicht, gucken, na, den verlieh die auf jeden Fall noch Ich muss das mal ein bisschen freezen, aber ich glaube es wird nichts Dadurch, dass ich Eva Missänder habe, wird das mit dem Freeze generell ein bisschen schwieriger Neue Geschmacksrichtung Ja, fuck Och, Leute Ich muss das Spiel aufbauen Ok, er hat auf jeden Fall Ein Wort hier Ich werde alles verschlingen Meine Gelüste können nicht so einfach befriedigt Ihre Verzweiflung sorgt für die richtige Lust Wieso greifen die mit? Alter, diese Minion-Arc Er hat keinen Pot Er hat nur noch einen einzigen Pot Davon muss ich Hm Nicht so cool Nicht so cool Aber Gott sei Dank habe ich noch mein Schild drücken können Jede Schöpfung ist aus Hunger geboren Ja, das war Okay vom Trait sagen wir es mal so Das war okay Das war okay Ich weiß ja nicht kulinarische Abstriche zu machen Verlockende kulinarische Aussichten Hat sein Phage fertig Ach, das Phage hatte ja vorhin schon fertig Noch ein kleiner Snack Tiefe Wasser sind trügerisch Hat sein... Okay, hat sein Wort nicht mehr Das heißt, der ist jetzt hier Dreck Dreck Dreck, perfekt Ich kann mein Wort wieder setzen Die Ernährung ist überaus einzigartig Hm? Noch was schlappen Nicht noch was schlappen Okay Das war doch schon mal was Gutes 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 Töern Kench Oli, ich glaub der hat TP, ne? Okay, er geht auf. Oh, war gut. Okay, ich bin doch wieder schnell da. So, ich kann mein Ultimat nutzen, um zurückzukommen. Moin, da bin ich wieder. Sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall Farmtasche wieder aufgeholt. Und jetzt ein bisschen Mana zurück. K6 rum, das heißt, wir können aggressiv spielen. Er wird uns erstmal jetzt nicht viel können. Das Essen ist bereit. Das ist das Geile. Oh, das schmeckt. Hm. Die ganze Welt ist ein Fluss. Und ich bin sein König. Okay. Okay. Die ist noch hier. Die Zunge In your face So Ninja Turbys Was machst du jetzt? Nischt Die Zunge Hast Guts wieder gebracht Sehr gut So Ninja Turbys Jetzt kann man Der klaut mir 2E Meine Resistenten teilweise Aber Was soll er machen, ne? Hat er die Zunge ausgewichen? Was hat der Zunge ausgewichen? Hat er denn jetzt Als hat er schon das Ding Das ist keine Schocksmeister? Die Welt verhaltet mir ein Festmarken Und das war's mit dem Ich werde alles verschwinden Das hat halt Das hat halt Die Zunge gebracht Und dann ist die Welt Und ich kriege die Turm Das hat aber Nicht Schlussdauer, ne? Nee Die Köstel Das war der nächste Kill Der Tank Der Tank Ich würde sagen Ich habe die Welt verbraucht Die Welt, ne? Ich habe die Welt Ich habe die Welt Alter, die Kalista Wie sie einfach weggekommen ist Das kann doch aber auch nicht sein Mein Festmahl ist aus Lightroom Oh, Armor Und Ähm Wo weißt du, was ich mir jetzt kauf? Ich kauf mir ein Äh, She Haha, jetzt geht die Post Der Fee is ready Das war unschön Tibet is auch ready Noin, Trundle Ich kauf mir, du bist Im Block Hm, was zu knabbern Ach, schade Jetzt kommt der Letten Danke Das war ganz, ganz Unschlau Ganz, ganz Unschlau war das Ganz, ganz Unschlau Ich gehe jetzt zum Drake Wahrscheinlich Oder die Puschel noch weiter in der Mitte Ich glaube, ich sollte dann doch besser Meine Ernährung ist überaus einzigartig Gut, ich gehe erst mal hoch auf die Lane Wobei meine Puscheln gerade Nein, ich gehe jetzt zum Uppf What's Ich fico nicht alle manchmal Achtung! Ich würde sagen, das war mal ein Save, ne? Ich bin ein Tanki, gleich noch mehr Tanki. Ich glaube, dass wir den Trudl vielleicht ins Catchen. Ja, der geht hier lang. Ich kriege den Board. Wahre Hunger kann nie bestätigen. So, ich verliess das oben. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz einkaufen. Ich habe 2000 Gold. Das heißt, ich kann mir jetzt erstmal mein, ähm, das Ding kaufen und, ähm, auch der Armour. Oh, ich meine, full AD-Team hier. What should you do, ne? Wir sind gerade mit dem Sailor, mein Team. Jetzt wird's Butter auf die D. Neue Geschmacksrichtung. Kommt nur ein Fistbar aus Leid, du. Äh, wir sollten, achso, den, der Tower immer wiesen sein. Und dann wird's, wenn wir mit dem Team gehen. Du hast, die sich dann wieder befreit. Und dann sehen wir, wie wir es auf den Weg gehen. Das ist ja auch so. Und dann, wir sollten wir jetzt noch ein Team. Wir sollten die Umkrankung machen. Wir sollten euch da mal wieder machen. Und dann sind wir jetzt noch ein Team. Oh, ich bin jetzt auch so. Mögen alle in meiner Herdenkrankheit sein, ob das schmeckt jetzt so. Ja, komm. Jede Schöne ist aus Unger geboren. Und zerstört. Oh, der Minion-Block. Dreifach-Tötung. Easy. Easy. Sauer. Tak. Am Ende geht jeder der Wacht. Juhu. Juhu. Hehehehehe. Hehehehehe. Hehehe. 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 Ach, ssssad Ssssad Too sad ähhhh. Titanik7 Fuck. Müller auch verkaufen 1021 definitiv dieses ding hat mir auch gerade ultra den arsch gerettet in meiner herrlichkeit 1021 definitiv LoL! What? Ja die Ash, ne? Die Kanten? Ja gut, ist egal. Die... Die Kante jetzt zwar... Absolut dumm. Die hat noch einen Hullfeld, die hat keinen Hull mehr. Schade. Schade! Marmelade! Ist okay. Very soon. Ultimate ist ab. Naja gut, wir haben gewartet, aber ist okay. Hat die... Ach, die hatten. Alles klar. Na gut. Die wird jetzt natürlich, äh, schmerzhaft. Schmerzhaft wird die. Heißt, ich brauche noch irgendwas Schönes. Ich weiß noch nicht was. Warmox? Wahrscheinlich nicht so viel. Ich weiß, was ich brauche. CC Roos! Oh nein. Geh doch weg Mädel, was machst du da? Ja. Am Ende... Heht jeder den Bach runter. Geh doch weg. Elend schmeckt köstlich. Hier ist tot. Ah, ist gut. Gut, danke. Ich habe auch mal. Hände, hey! Ja, du Arsch! Achina, ich habe mir keine Luchte. Machina. Ich habe einfach das eine Tube. Achina, meinst du Enkel. Da muss ich immer gut sein。 Achina. Achina, ich habe Hunger. Wir sind bedrungen, ganz schön Die Babbel. Die Babbel war stark Alter Schwede, DIE BUBBLE! Die war richtig stark. Ich weiß nicht, was die machen, was die da sind. Die kennen die... Die Karnione. Gib mir ein Wort, gib mir ein Wort! Einfach ein Wort. Nicht. Ja. Mein Fokus liegt auf dem Appetit. Einfach nur hier... Ihre Verzweiflung sorgt für die richtige Nürz. Wahrer Appetit ist unten. Das heißt, wir können jetzt hier einfach schön mit Schmarrn drauf. Einfach nicht. Und jetzt einfach nicht ganz gleich mit Schmarrn. Wir werden das bei Schmarrn auf demzessoriais. Es gab kein entsprechende Schmarrn die Karnione. Ihr habt einen Dreher. ... ... Guys... ... ... Nice! Fokus, Kalista! Die gewinnen das halt jetzt noch! Die gewinnen das genau wegen sowas! Das ist unmöglich! Unersättlichkeit ist unmöglich! Die einzig wahre Sünde besteht darin, einer Begierde nicht nachzukommen! Was ist da alles Solo unterwegs? Nein! Dann können wir ja auch wieder stecken! Ja! Wir müssen definitiv hier einfach durchgehen! Sind wir nicht alle Vielfraße? Das Essen ist bereit! Das Essen ist bereit! Ja! Einfach nur auf die Turm! Das geht wieder einfach auf die Turm! Ja! Danke! Wir gehen weiter! Gehen, gehen! Ich fass es nicht! Ich hab noch wieder ein Spiel gewonnen! Und zwar... Tap Kinchle! Tap Kinchle! So! Wir gucken in die Zahlen! Ein S Minus! Und ich hab eine True erhalten! Good Job Team! Schreibt da! Hehehe! Hehehe! What the fuck?! Bitte was?! Ist ja krass! Hehehe! Übelste Sorte! Okay! Ja, der Warwick hat halt... Er war tanky! Die haben auf mich wenig gefokust! 13,5! Aber das war... Ist ja der Schaden! Guckt euch das mal an! 43.000, ey! Wahnsinn! Krass! Geile Sache! Okay, Leute! Das war's! Wie viele Punkte haben wir gekriegt? 23! Na ja, gut! Na ja, gut! Hier, ich muss auf jeden Fall was dafür machen, ey! 23 gewinnen, äh... Gewonnen und äh... 28 verloren! Ist keine coole Sache! Ähm... Joa! Ein S-. Okay, das war's! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Haut rein! Macht's gut! Und... Tschüss.